Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im Format Naturmedizin. Heute reden wir über die Wahrheit von Cholesterin. Bleiben Sie bitte dran, es ist extrem spannend. Ich habe zwei Gäste da, die wissen nämlich, von was wir über das Thema reden können. Einerseits ganz herzlich willkommen wieder, Dr. Med. Volker Schmiedl von der Paramed in Bar, nicht Zug. Also die renommierteste Adresse in der Schweiz, sage ich immer wieder und das habt ihr euch auch verdient. Es ist unglaublich, was ihr da leistet in der orthomolekularen Medizin, das ist sensationell. Und andererseits herzlich willkommen auch du lieber Alexander Martens. Du bist Sportwissenschaftler, du bist Doktorand und andererseits auch Buchautor und CEO einer Nahrungsergänzungsfirma. Ich bin froh, dass du auch da bist, weil du bist immer wieder die Brücke zur Medizin und kannst Lösungssysteme definieren und bringen und den Zuschauer näher bringen. Also schön, dass du da bist, danke. Vielen Dank. Wir reden über die Wahrheit von Cholesterin. So, wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Ich höre ja nur Schlimmes über das Cholesterin. Also erstmal, und das wird keiner bestreiten, Cholesterin ist lebensnotwendig. Cholesterin ist die Vorstufe von vielen Substanzen in unserem Körper. Alle sogenannten Steroidhormone, also Testosteron, Östrogen, Progesteron, all diese Hormone können nicht gebildet werden, wenn wir kein Cholesterin haben. Also wenn wir zu wenig Cholesterin haben, sind wir irgendwo so ein bisschen in einem Zombie-Verhalten und gar nicht mehr so? Ja, man kann jetzt nicht sagen, wenn ich den Cholesterin-Spiegel senke, dass ich davon zu wenig habe, weil wir nehmen am Tag etwa 500 Milligramm Cholesterin zu uns, wahrscheinlich bilden wir nochmal dieselbe Menge oder noch mehr, aber von den Hormonen brauchen wir vielleicht 5 Mikrogramm, Millionstel Gramm, also wir hätten immer noch genügend da, auch wenn wir niedrige Cholesterin-Spiegel haben, nur wenn wir gar keins hätten, könnten wir diese überhaupt nicht bilden. Wir brauchen es auch für unsere Zellmembranen. Unsere Zellmembranen können nur dann elastisch sein, wenn sie auch genügend Cholesterin haben und letztlich unsere Gallensäuren für die Fettverdauung sind auch aus Cholesterin aufgebaut, also wir können auch Fette nicht verdauen, wenn wir Cholesterin haben. Wir wissen, 4% des gesamten Nervensystems bestehen aus reinem Cholesterin und der Körper würde das nicht dorthin tun, wenn es dort nicht wichtig wäre. Ist nicht auch das Hirn hauptsächlich aus Cholesterin? Nein, nein, das Gehirn besteht zu etwa 60% aus Fett, davon übrigens nochmal die Hälfte Omega-3-Fettsäuren und Cholesterin etwa 4%. Okay, gut. Also wir brauchen es, das ist unbestritten. Die Frage ist, wie viel? Zellers hat ja schon gesagt, allein die Dosis macht, ob ein Ding an Gift ist oder nicht und da sind ja mittlerweile geradezu die religiösen Grabenkämpfe ausgebrochen. Die einen sagen, Cholesterin muss unter 70 Milligramm pro Deziliter sein, das böse LDL-Cholesterin und andere sagen, nein, das ist doch lebensunwendig, je mehr davon, desto besser. Ja, was sollen wir nun machen? Wir wissen, es gibt Leute mit einer sogenannten familiären Hypercholesterinämie. Die haben also extrem hohe Cholesterinwerte, 500, 600, 1000 Milligramm. Die kriegen auch sehr, sehr viel häufiger Herzinfarkt. Also sehr hohe Werte sind tatsächlich gefährlich. Das muss man einfach sagen. Aber wenn man gehört, in Richtung Alter hin, ist ein höherer Cholesterinpegel sowieso gut, auch für die Hirnleistungen? Das könnte sein, es gibt ein paar Hinweise, wir wissen es noch nicht ganz genau. Es gibt wenig Studien an wirklichen Älteren, über 70 oder 80 Jahren. Was wir wissen, wir müssen es differenziert betrachten. Also zu sagen, jeder über 200 Milligramm pro Deziliter oder über 5,2 Millimol, der muss unbedingt einen Fettsenker haben, wenn er nicht bei drei auf den Bäumen ist, das ist nicht okay so. Und zwar auch nicht nach der Schulmedizin. Die schulmedizinischen Leitlinien sind da gar nicht schlecht. Die sagen nämlich, erst wenn das Risiko, in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen, über 20 Prozent ist, statistisch, dann muss behandelt werden. Über 10 Prozent kann man sich das überlegen. Und es gibt im Internet Risikorechner, wo man selber seine Daten eingeben kann, ob man Diabesiker ist, wie hoch der Blutdruck ist, wie hoch die Fettwerte sind. Und da wird das Risiko ausgerechnet. Und 90 Prozent der Patienten müssen es nicht nehmen. Also selbst wenn jemand ein Cholesterinspiegel von 280 hat, hat aber keine weiteren Risikofaktoren, muss er nach der Lehrmeinung keine Statine nehmen. Wenn er zum Arzt geht, kriegt er aber nahezu immer ein Statin. Weil die sich nämlich selber nicht an die Leitlinien anhalten in der Regel. Wir sprechen jetzt hier von der primären Prävention. Also wenn noch kein Schlaganfall oder noch kein Herzinfarkt aufgetreten ist, profitieren die allerwenigsten von einer medikamentösen Cholesterinsenkung. Sollte man bis auf extreme Ausnahmefälle tunlich sein lassen, sagt die schulmedizinische Lehrmeinung. Ganz anders schaut es aus bei denen, die schon erkrankt sind. Da gibt es Hinweise auf einen Nutzen. Der Nutzen hat aber vermutlich gar nichts mit der Cholesterinsenkenwirkung zu tun. Denn die Statine haben auch eine antioxidative Wirkung. Sie haben auch eine entzündungshemmende Wirkung. Und sie stabilisieren die Plaques, also kleine Ablagerungen in den Gefäßen. Das scheint die Wirkung der Statine zu sein, warum ein KAK-Patient mit Statinen eine etwas bessere Prognose aufweist. Und die Cholesterinsenkung ist eigentlich nur unbedeutende Nebenwirkung. Aber da könnte man ja eigentlich, statt mit Statinen zu arbeiten, jetzt auch Omega-3, D3 nehmen und vielleicht die Ernährungsumstellung ein bisschen anschauen, um letztendlich diese entzündungsfördernden Parameter zu reduzieren, oder? Ganz genau. Und wenn ich Cholesterin senken möchte, kann ich mit der Ernährung natürlich auch sehr, sehr viel tun. Ich kann meine Ernährung ballaststoffreich gestalten, weil wir wissen, Ballaststoffe binden im Darm das Cholesterin, damit es nicht gut aufgenommen werden kann. Und ich kann natürlich auch versuchen, meine Ernährung etwas Cholesterinärmer zu gestalten. Also jeden Tag Wurst und Fleisch und Käse ist dann vielleicht doch nicht so ganz gut für uns. Und ich kann versuchen, meine Leber anzuregen. Wenn ich die Leber anrege mit bestimmten Pflanzenstoffen, dann wird mehr Gallensäure ausgeschieden, was dazu führt, dass die Verdauung auch verbessert werden kann. Aber ich kann damit quasi Cholesterin auf natürliche Weise über den Darm loswerden. Ich habe mal einen Experten hier im Haus gehabt, der hat das mal anders formuliert. Und da möchte ich gerne wissen, ob das korrekt ist, das Cholesterin als die Feuerwehr bezeichnet. Wenn es brennt, rückt die Feuerwehr aus, das heißt das Cholesterin, und macht Entzündungshärde, reduziert diese Entzündungshärde oder irgendwelche Entzündungen im Körper. Und er hat immer gesagt, das ist ein Segen, das ist gut, aber man muss sich fragen, warum brennt es? Man muss eigentlich das Feuer löschen und nicht eigentlich die Feuerwehr am Ausrücken hindern. Kann man das so ungefähr formulieren, dass es ein bisschen verständlicher ist, für was das der Körper zwischendurch höhere Cholesterinwerte produziert? Also es geht ja nicht um Entzündungen, sondern es geht um Defekte in der Zellwand. Dass da durch hohen Blutdruck, durch Abscherkräfte möglicherweise kleine Schäden aufgetreten sind, die durch das Cholesterin geheilt werden sollen. Das ist eine Theorie, ich kann nicht viel dazu sagen, muss ich fairerweise sagen. Wir wissen aber von ganz anderen Faktoren, dass sie das Cholesterin hoch treiben. Das ist zum Beispiel Stress. Wir dürfen nicht nur immer über die Ernährung reden, wir müssen auch über Stress reden. Und wenn wir Stress runterregulieren, dann habe ich auch nicht so hohe Cholesterinspiegel. Das ist eine weitere wichtige Sache. Und ein dritter, ganz wichtiger Punkt neben der Ernährung, und da wird mir der Sportwissenschaftler ganz sicherlich zustimmen, Bewegung. Es geht nicht ohne Bewegung. Wenn ich Cholesterin natürlich behandeln will, muss ich immer an eine gute Ausdauerbewegung denken. Das sind für mich die drei großen Faktoren der naturgemäßen Cholesterinsenkung, richtige Ernährung, richtiger Umgang mit Stress und gute Bewegung. Und dann kriegt man es wieder hin. Genau, richtig. Also die Bewegung ist natürlich auch eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht. Und ich habe letztens auch einen tollen Bericht auch mal gesehen über den Martin Busse, Professor Martin Busse von der Universität München. Und er meinte auch, dass dieses tägliche Bewegen von 20 Minuten eigentlich schon ausreichen würde, wenn wir es täglich machen könnten. Sei es der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, statt mit dem Bus oder mit dem Auto. Oder einfach in der Mittagspause sich einfach mal bewegen. Dreck drauf, Dreck runter, statt Licht zu nehmen, einfache Dinge. Genau, richtig. Die man einfach in den Alltag auch integrieren kann, was eigentlich gar nicht so schwierig ist. Bevor ich auf die hohen Eier, über das Ei rede, noch die Frage, ich habe mal gelesen, aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass da ursprünglich mal eine russische Studie im Hintergrund war, die an Karnickel Versuche gemacht haben mit Eier. Und dann hat man festgestellt, dass diese Karnickel dann viel zu höhere Cholesterinwerte hatten und das ist lebensgefährlich. Und seit daher gilt Cholesterinwerte als hoch, hohe Werte als gefährlich für unsere Gesundheit. Obwohl diese Studie ja mit Karnickel gemacht wurde, die eigentlich gar nicht Eier essen. Und viel zu viel. Ist das, habe ich da eine Geschichte gelesen oder ist das wirklich Fakt? Nein, die Studie gibt es tatsächlich, die ist vor über 100 Jahren gemacht worden. Das war so eine der ersten Studien, wo es um Ursachensuche nach Arterosklerose geht. Und du hast völlig recht, die ist ja in der Form gar nicht auf einen Menschen übertragbar, weil wenn ich veganen Tieren dann eben solche großen Mengen an tierischen Produkten gebe, kann das nicht in Ordnung sein. Auf der anderen Seite wissen wir aber, wenn die Cholesterinspiegel auch bei Menschen wirklich extrem hoch sind, dann kann das schon zur Arterosklerose mit beitragen, aber es muss dann wirklich extrem hoch sein. Und es gibt leider in der gesamten Ernährungsmedizin der letzten 50 Jahre so viele Mythen, die mittlerweile widerlegt worden sind. Also ich habe noch gelernt, wir sollen ganz viele Pflanzenöle mit hoch ungesättigten Pflanzenölen, also Linolsäuren nehmen. Maiskalmöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, das sind die tollen Cholesterinsenker. Und jetzt wird es ganz spannend. Mitte der 60er Jahre hat man in Australien eine Schulte gemacht, die sogenannte Sydney Heart Study. Hat also mehreren hundert KK-Patienten gesagt, so bitte jetzt keine harten Fette mehr, keine Butter mehr, kein Kokosfett, kein Kokosöl. Ihr kriegt jetzt Maiskalmöl und Maiskalmargarine und wolltet denen was Gutes tun. Und dann haben die rausgekriegt, nach ein paar Jahren, tatsächlich die Gruppe mit der veränderten Ernährung, mit den hoch ungesättigten Pflanzenölen, hatten 65 Prozent mehr Herzinfarkte und Todesfälle gehabt. Nicht weniger, mehr. So was haben die Forscher getan. Die haben die Ergebnisse nicht veröffentlicht. Nein, gar nicht aus böser Absicht, sondern wir haben den Ergebnissen einfach gar nicht geglaubt. Da haben wir gesagt, das kann ja gar nicht sein. Das widerspricht ja allen unseren Erkenntnissen. Ich glaube so 2013 haben andere Forscher die Daten nochmal nachgerechnet und gesagt, nein, das stimmt, das ist völlig korrekt. Und heute haben wir auch noch eine Erklärung dafür. Warum? Die Linolsäure wird im Körper in die Achidonsäure umgebaut. Das heißt, wir bilden aus den Pflanzenfetten unsere eigenen tierischen Fette. Und wie Achidonsäure ist das Gefährliche. Also wir haben heute eine Erklärung dafür. Und wir wissen heute, Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, Sojaöl, das sind keine Lebensrettenfette. Das sind die Killerfette. Die müssen wir heute vermeiden. Das wird leider von einigen Ernährungsberatern immer noch anders gelehrt. Das ist völliger Blödsinn. Bitte diese Öle nicht mehr nehmen. Und lernt man da auch etwas in der Medizin, im Studium über diese Öle? Ja gut, darfst du mich jetzt nicht fragen. Ich habe vor 35 Jahren studiert. Ich befürchte, das dauert nochmal 10 bis 20 Jahre, bis dieses Wissen dann auch in die offizielle Ernährungsmedizin einsickern wird. Okay. Wenn wir jetzt mal in die Eierindustrie gehen. Ich höre immer wieder die Leute, ja nicht zwei Eier am Tag, das ist gefährlich am Tag zwei Eier, wenn es eben diesen Cholesterinwert explodieren lässt. Wo steckt jetzt die Wahrheit? Ich würde das genauso unterstreichen, wie eigentlich der Volker vorhin schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich jetzt täglich zum Beispiel meine 10 oder 15 Eier essen würde, wäre es wahrscheinlich genauso kontraproduktiv. Aber das kriegen wir auch nicht runter. Genau, richtig. Aber zwei Eier, drei Eier. Also ich denke, dass bei zwei bis drei Eiern, dass da nichts passieren kann in diesem Bereich. Aber es kommt natürlich wieder auf den Patienten oder auf den Menschen individuell darauf an, wie das Verstoff wechseln kann, ob da irgendwelche Gegebenheiten nicht richtig funktionieren. Es ist natürlich auch wieder individuell zu betrachten. Also gehen wir nochmal konkret in die Werte rein. Wenn ein Mensch, ein Patient zum Arzt geht und der wird den Cholesterinwert bestimmt und der sagt ihm einen Wert. Ab welchem Wert ist es wirklich besorgniserregend und der Patient muss was tun? Oder welche Werte werden schnell als dramatisch, dramaturgisch vermittelt und man muss sofort etwas tun? Vielleicht die Frage gleich an den Arzt. Und ich sage ganz ehrlich, das kann man überhaupt nicht beantworten. Wer da einen solchen Grenzwert auch nur angibt, ist von vornherein unseriös. Warum? Erstmal, Risiken steigen ja fließend langsam an. Es gibt keinen Punkt, wo man sagt, drunter gar kein Risiko, drüber ganz gefährlich. Die nächste Sache ist die, dass man die gesamte Cholesterinseite sehr differenziert betrachten muss. Wir haben früher gedacht, das Gesamtcholesterin ist böse. Dann haben wir später gesagt, nein, das LDL-Cholesterin ist böse, das HDL ist gut. Jetzt wissen wir heute, nein, es gibt auch noch unterschiedliche LDLs. Nein. Wir wissen, das SDLDL, das besondere Small-Dense-LDL, das ist nochmal besonders gefährlich. Wird von den Kardiologen normalerweise nicht gemessen. Bei Patienten, wo ich wirklich auf der Kippe stehe, soll ich den behandeln oder nicht, messe ich mittlerweile dieses Cholesterin auch. Dann weiß ich noch ein bisschen mehr. Und ich brauche aber auch die anderen Risikofaktoren alle. Raucht er, hat er Diabetes, hat er Bluthochdruck, hat er Stress? Das muss ich alles in meine Bewertung mit einfließen lassen, um dann zu sagen, den behandle ich jetzt doch oder den muss ich nicht behandeln. Jetzt kommen wir zu diesen Eingangspunkten, anfangs, wo du gesagt hast, wenn du das alles anschaust, kann die Bewegung, die Ernährungsumstellung, das gute Wasser durchaus ausreichend sein, dass es einen zu hohen Wert, in Anführungszeichen, selber wieder reduzieren kann. Dass es zumindest so weit reduziert werden kann, dass ich es in der Gesamtrisiko-Situation nicht mehr mit Medikamenten behandeln muss. Jedenfalls in der primären Prävention. Ich höre jetzt da so viele Dinge. Aber wenn der Zuschauer zu Hause einfach konfrontiert ist, er sieht jetzt diese Sendung und er sieht genau, mein Gott, mein Arzt hat das noch gar nicht gefragt und gar nicht so differenziert betrachtet. Ja, zu welcher Medizin soll ich dann gehen, um eigentlich die Wahrheit über Cholesterin am eigenen Leib zu erfahren und auch ein Lösungssystem zu sehen, die nicht einfach nur mit Kremie oder mit Statine daherkommt? Ich darf da ein bisschen Schleichwerbung vielleicht machen. Vielleicht sollte er sich mein Buch dann mal kaufen, Cholesterin, endlich Klartext. Da habe ich genau diese Punkte, wo wir jetzt nur ein paar Minuten Zeit dafür haben, habe ich in dem ganzen Buch verständlich und sehr ausführlich ausgearbeitet. Auch mit Adressen von solchen Risikorechnern. Also der Patient kann dann selber ins Internet gehen. Es gibt sehr seriöse Risikorechner, die von Universitätskliniken geschaffen worden sind, wo er sein eigenes Risiko ausrechnen kann. Dann kann er mit dem Zettel zum Arzt gehen und kann sagen, okay, ich habe zwar jetzt 250, du willst mich mit Statinen behandeln, aber guck mal hier, der Risikorechner von der Universitätsklinik in Marburg und Rostock und Düsseldorf, der hat ausgerechnet, ich brauche gar nicht behandelt zu werden. Mein Risiko liegt bei 5% in den nächsten 10 Jahren Herzinfarkt zu kriegen. Ich darf sogar gar nicht behandelt werden. Dann hat man eine gewisse Sicherheit. Im Buch stehen ganz viele Grundlagen drin, natürlich Therapienweise und auch Hinweise zu diesen Risikorechnern. Ich danke dir ganz herzlich. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen. Wunderbar, aber es zeigt einmal mehr, dass wir Konsumenten Selbstverantwortung zeigen müssen und eigentlich uns auch schon selber vor unserem Arzt schützen dürfen durch unsere eigene Weiterbildung, weil sonst kriegen wir einfach die Behandlung X, ohne eigentlich diese ganze Vielfalt von Optionen gesehen zu haben. Also das, was ich dir vorhöre, ist eigentlich eine traurige Wahrheit. Wir müssen den eigenen Arzt wecken und schlau machen. Und Internet sei Dank und auch so großartige Mediziner, wie du es bist, die auch diese Bücher schreiben, um einfach den Menschen zu helfen. Kann man aber auch sagen, dass diese ganze orthomolekulare Mediziner, die jetzt auch immer mehr auftauchen und so das Ganze betrachten, auch ein bisschen diese Sichtweise vertreten und nicht einfach nur mit Kanonen oder wie hast du heute? Mit der Schrotflinte. Mit deiner Schrotflinte schießen, dass die das ein bisschen punktueller machen. Ja, beim Cholesterin sind nun gar nicht so viele Nährstoffe da zu erwägen. Omega-3, muss ich dazu sagen, Omega-3 wird immer gesagt, ja, senkt auch das Cholesterin. Und das stimmt so nicht richtig. Das LDL bleibt sogar eher gleich. In manchen Studien ist sogar ganz leicht angestiegen. Aber was mit Omega-3 passiert ist, dass das gute HDL ansteigt und das ganz schlechte SDLDL, das sinkt auch ab. Und vor allen Dingen aber die Triglyceride, die eigentlichen Blutfette, die sinken massiv ab oder Omega-3. Also in der Gesamtsituation wirkt es auch gut auf den Fettstoffwechsel insgesamt. Aber es kann sein, dass der Gesamtcholesterinspiegel unverändert bleibt. Das muss man dazu sagen. Also Omega-3 wäre immer eine Sache, die ich mit einbauen würde. An Q10 würde ich unbedingt denken. Und zwar insbesondere dann, wenn jemand dann doch Statine nimmt, dann bekommt er häufig durch die Statine einen Q10-Mangel. Leider wird das in der Regel nicht von den Kardiologen gemessen. Ich messe das bei allen meinen Patienten, die mit Statinen zu mir kommen, und finde so gefühlt bei etwa 70% einen massiven Q10-Mangel. Das heißt, das ist wahrscheinlich in der Mitochondrien ein Coenzym, was die ATP-Produktion steigert. Ist das korrekt? Ganz genau. Und das sinkt unter Statinen ab, weil die Synthese von Q10 und Cholesterin ist in den letzten Schritten identisch und wird durch dieses Medikament behindert. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was man da eben tun könnte, wenn das der Fall ist. Also wie gesagt, auf dieses Q10 würde ich natürlich auch darauf eingehen, dass man das vermehrt dann auch nimmt. Da müssen aber auch gewisse Mengen genommen werden, damit es auch wirkt. Also auch hier gibt es natürlich sehr viele tolle Studien, wo die Dosierungsmengen aber erst ab einem gewissen Wert oder ab einer gewissen Menge, zum Beispiel für 150 Milligramm, zu einem Erfolg geführt haben. Und dann ist natürlich wichtig, dass es nicht immer nur das Q10 ist, sondern auch das, was du gerade angesprochen hast. In den Mitochondrien haben wir natürlich noch viele weite Mineralstoffe oder Vitamine, die wir natürlich benötigen, um auch das ATP dann zu bilden, damit die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke, der Zellen quasi leistungsfähiger werden. Ja. Ansonsten, klar, alles was mit Kurkuma zum Beispiel zu tun hat, das hat natürlich auch eine sehr positive Auswirkung. Da gibt es sehr viele tolle Studien auch in dem Bereich über Cholesterin und Kurkuma. Aber auch hier wieder wichtig, die Dosierungsmenge. Also es gibt da zum Beispiel Vergleichsstudien, da hat man versucht herauszufinden, ab wann etwas Sinn macht. Und da gehe ich gerne auch auf die Entzündungsparameter drauf ein. Da hat man zum Beispiel 250 Milligramm Kurkuma den Patienten gegeben. Also es war eine klinische Studie. Man hat den 300 Milligramm gegeben, 500 Milligramm und 2000. Und siehe da, unter 500 Milligramm waren gar keine Verbesserungen, zum Beispiel in Entzündungsparametern, festgestellt worden. Ja, und auch hier ist es wieder das Entscheidende, die Dosierung. Und das würde ich dann halt auch wieder dort jedem dann an die Hand geben. Ja, man liest viel über Kurkuma in letzter Zeit, aber wenn man dann ein bisschen detailliert reinseit, ist es doch eine relativ hohe Dosis, die man jeden Tag nehmen sollte. Und die Leute kaufen sich so eine kleine Flasche und wir machen das ein bisschen übers Gewürz, um dann etwas Gutes zu tun. Wahrscheinlich besser als nichts. Das stimmt, ja. Beim Q10 habe ich jetzt noch etwas gehört. Wir reden über Statine, die mögliche, unsere ATP-Produktion reduzieren und dann wird zu wenig Energie haben und darum diese Supplementierung. Wenn aber Leute zum Beispiel erschöpft sind, in der Depressionsphase sind oder im Burnout gefährdet sind, würde ich das gut sehen, wenn ich jetzt gleich die Brücke schlage, nicht auch Sinn machen? Also definitiv. Also wie gesagt, wenn es um Burnout geht, wenn es um Erkrankungen generell geht, was mit Entzündungsparametern zu tun hat, weiß man ja mittlerweile auch, dass die Mitochondrien auch ein Ansatzpunkt sind, in dem man auf jeden Fall therapieren sollte. Und da macht natürlich die Substitution von Q10 natürlich auch Sinn. Ja. Wenn ich über dieses Q10 oder über das Kurkuma noch mehr lesen will oder auch über das Cholesterin, das weiß ich jetzt, da habe ich ein Buch, wie heißt das nochmal? Cholesterin, endlich Klartext. Endlich Klartext. Und dort sind auch diese Homepages drin, wo ich selber meine ganzen Werte bestimmen kann. Das ist grandios. Ganz grandios. Super. Das finde ich da in diesem Buch. Und dieses Kurkuma oder auch Q10, um eben, wenn ich Statine nehme, mich wieder fitter zu machen oder mehr Energie zu produzieren. Wo finde ich da? Also da kann man bei uns auf der Internetseite natogener.ch oder natogener.de immer unter den entsprechenden Rohstoffen, die aktuellen klinischen Studien finden. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass man sich bei uns anmelden kann, wenn man im Fachkreis ist. Und dann kann man auch die aktuellen PowerPoint-Präsentationen oder Webinare sich mal anschauen, wenn es darum geht, wie setze ich oder wie nehme ich eine Dosierungsmenge. Super. Das sind dann tiefergehende Informationen für Heilpraktiker, Ärzte und Therapeuten. Kann man so sagen, wir haben ein bisschen die Angst vor diesem Cholesterin ein bisschen genommen, auch diese Sendung. Ja, wir sollten die gar nicht ganz nehmen. Wir sollten die einfach nur differenziert betrachten. Das Cholesterin ist keine Schlange, auf die wir wie das arteriosklerotische Kaninchen starren sollten. Weil Angst ist wiederum auch nicht gut, weil Angst steigert auch den Cholesterinspiegel. Sondern wir sollten wirklich einen vernünftigen Umgang damit pflegen. Und vernünftiger Umgang heißt nochmal, wenn ich noch nichts an den Gefäßen habe, ist es eine extreme Ausnahme, dass jemand von einem Cholesterinsenker überhaupt profitiert. Und wenn ich eine Erkrankung habe, dann profitiert derjenige von Statinen. Aber die Cholesterinsenkung ist eigentlich das Unwesentlichste dabei. Gut. Und dann habe ich in meiner Auflistung vergessen, was du ganz am Anfang gesagt hast, der Stress abzubauen. Also wenn man mal im Sympathikus ist, im Anspannungsmodus, brauchen wir unbedingt auch den Entspannungsmodus, alles wieder runterfahren. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann haben wir die besten Chancen, um gesund zu bleiben. Ist das korrekt? Ganz genau. Und gerade das Cholesterin ist ein gutes Beispiel für Ganzheitlichkeit. Ich darf eben nicht nur auf einen Punkt gucken und mechanistisch jetzt diesen einen Wert senken, sondern, wie du richtig gesagt hast, der Stress spielt eine ganz große Rolle, die Bewegung steht, es muss einfach alles stimmen. Wenn ich das alles richtig mache, ganzheitlich und differenziert, dann habe ich die besten Chancen. Aber wenn man das so differenziert betrachten will, oder der Arzt, dann braucht der Arzt einfach auch viel Zeit, sich dieses Bild zu machen. Und ich weiß nicht, inwiefern, dass heutzutage in dieser schnelllebigen Medizin, wo sie einfach wirklich geplagt sind und keine Zeit haben, das überhaupt noch möglich ist. Also dann eben, ich sage ja, eine Adresse da im Bar ist einfach Gold wert für uns Schweizer ganz bestimmt. Und bestimmt hat es noch ganz viele weitere Ärzte, die sich Zeit nehmen, sich eine differenzierte Betrachtung zu machen. Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sie als Ganzheit wahrzunehmen und eben eine Lösung zu finden, wenn Probleme da sind, die nicht nur isoliert auf ein Betracht sind, sondern die ganze Zeit. Stress haben wir gehört, Abbau, wir haben gehört, Essen. Und das dritte war schon wieder Sport. Bewegung. Jetzt haben wir es. Alle diese drei Dinge kommen heute immer mehr zu kurz. Ja. Lieber Dr. Volker Schmidl, danke ganz herzlich. Lieber Alexander Martens, auch dir ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen die besten Cholesterinwerte, beste Gesundheit, alles Gute für die Zukunft. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. und auf Wiedersehen.